Diese hier angebotene 3-Zimmer-Wohnung ist ab September 2013 zur Zwischenmiete frei. Die Wohnung befindet sich in Büsseldorf unter Bilk. Das Objekt wird über eine Etagenheizung beheizt. Bei einer Wohnfläche von ca. 91 Quadratmetern beläuft sich die Pauschalmiete dieser Wohnung auf 1450 Euro pro Monat. Kontaktieren Sie uns für nähere Informationen. .